In der chinesischen Medizin gehen wir davon aus, dass Krankheiten durch Blockaden entstehen, Blockaden, die sich im Laufe des Lebens anhäufen. Diese Blockaden beschleunigen den Alterungsprozess und sind verantwortlich für vielerlei Krankheiten. Die traditionelle chinesische Medizin hat seit etwa 2000 Jahren Rezepturen, die von Generation zu Generation weiter verfeinert wurden und schließlich eine Endzusammensetzung erhalten haben. Und so kann man sagen etwa, dass seit dem 15. und 16. Jahrhundert die wichtigsten chinesischen Rezepturen in unveränderter Form bis heute erfolgreich eingesetzt werden. Das heißt, wir haben hier ein gereiftes Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, weil es wirkt, weil es sich bewährt hat. Das ist für uns Grund genug gewesen, um zehn der wertvollsten chinesischen Rezepturen in unser Programm aufzunehmen. Diese zehn Rezepturen möchte ich Ihnen in den folgenden Filmen kurz vorstellen.